Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play von dem Google Stadia exklusiven Spiel Guild, bei dem es sich um ein Horror Adventure handelt. Und ja, nochmal kurz für euch zur Info. Ich war lange, lange inaktiv auf diesem YouTube-Kanal, war früher eher durch League of Legends Content bekannt und möchte jetzt einfach gucken, dass ich euch mit Let's Plays versorge zu spielen, die ich selber interessant finde oder die ich selber nochmal durchspielen und erleben möchte und da würde ich euch gerne mit auf eine Reise nehmen. Und entsprechend habe ich mir hier als erstes den Titel Guild ausgesucht. Wie gesagt, aktuell ist es noch, ich weiß nicht, ob es so bleibt, ist es Google Stadia exklusiv. Ihr könnt es aktuell umsonst testen. Google Stadia ist aktuell kostenlos für zwei Monate verwirkbar. Und entsprechend könnt ihr euch da anmelden, registrieren und einfach mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Und ja, in Guild geht es darum, dass wir ein kleines Mädchen spielen und unsere beste Freundin suchen. Die ist verschwunden und wir wissen nicht so ganz, wie wir es. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel und dann gucken wir mal an, was passiert. Und ja, viel Spaß. Unglaublich, dass es über einen Monat her ist. Gut, schon steuern wir. Ja, ich spiele mit einem Xbox One Controller. Und jetzt fangen wir erstmal an, unsere Suchplakate aufzuhängen. Wie es scheint, hier ist unsere Freundin Emily Kaufmann. Emily verschwand eines Tages. Keiner weiß warum. Die meisten verloren schon nach ein paar Wochen die Hoffnung. Und sie... ...hörten auf zu suchen. Mal schauen, ob wir hier durchkommen können, ne? Also bis jetzt kann ich wirklich nur meine... ...plakate aufhängen. Doch ich gebe nicht auf. Ich muss sie finden. Ich muss. Hey Sally! Suchst du immer noch deine Cousine? Was hast du ihr getan? Nein! Nein, 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 nein! Okay, das ist gerade meine beste Freundin. Das ist meine Cousine. Scheinbar. Oh nein. Mein Rad ist kaputt. Was mache ich jetzt? Erforsche alles, um versteckte Geheimnisse zu entdecken. Okay, also Inhalatoren, unser Leben ist relativ niedrig im Moment, sieht man oben links. Und wir heilen uns anscheinend mit Inhalatoren. Ah, ich kann die Kamera richtig drehen. Okay. Ich dachte, das wäre mit einer festen Kamera. Okay, wir sehen keinen. Du kannst dich nicht verstecken. Hier haben wir unsere Karte. Wir sehen hier unser Menü und unser Ziel. Wir können hier auch durchscrollen. Sachen, die wir wahrscheinlich noch finden werden. Batterien, Kanarienvogel, Quarz. Hm, okay. Alles Sachen, die wir wohl noch finden. Okay, mal schauen. Also, ich sehe euch nicht, also. Von daher. Komm schon! Wo ist sie hin? Wirst du jetzt auch verschwinden? Okay, im Moment hat das so ein bisschen, so einen leichten Touch von Stephen Kings Gästen. Verschwindende Kinder und die anderen interessiert es nicht so wirklich. Okay. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. So, hier können wir scheinbar hoch. Gucken aber nochmal weiter. Von hier oben sehe ich nicht mal Bethelwood. Also, da hinten ist auf jeden Fall eine Garage, Hütte. Also, da hinten ist noch nicht so viel zu entdecken. Ja, Google Stadia ist auf jeden Fall, wie schon erwähnt, aktuell für zwei Monate kostenlos erhältlich. Google Stadia, ähm, ja, finde ich auch. Google Stadia ist ja aktuell, ähm, ja, soweit ich weiß, der einzige Stream-Service, wo man die Spiele nicht mehr runterladen muss. Also, im Prinzip kann man sich ein Spiel aus der Liste aussuchen. Und, äh, direkt los streamen, sofern das Internet es schafft und dementsprechend, sofern ihr mal das habt, das auszuprobieren, ob euer Internet das endlich kriegt, ähm, dann solltet ihr jetzt zuschlagen. Wie gesagt, wie gesagt, für zwei Monate kostenlos erhältlich und dann kostet jeder weitere Monat, ich meine, 10 Euro. Und dieses Spiel ist komplett kostenlos, also da muss man gar nichts für bezahlen. Außerdem kann man, wenn man möchte, äh, die Spiele dann auch auf verschiedenen Geräten weiterspielen. Also theoretisch kann man es auch auf seinem Samsung-Handy weiterspielen. Oder auf dem Google-Handy und, ja. Leider noch nicht für IOS verfügbar. Okay, ich kann den Kamerawinkel ein bisschen ändern. Hast du dich verirrt? Können sie mir helfen? Ich muss mit der Seilbahn nach Hause. Du hast Glück, dass ich so spät noch da bin. Ich schicke dich runter. Löse ein Ticket. Kann ich nicht so mitfahren? Das ist wichtig, Kleine. Ohne Ticket kann man nicht fahren. Okay, okay, okay. Okay, der Zeichenstil ist auf jeden Fall verdammt cool. Ach, ist das das Haus, was ich hier aus der Ferne gesehen habe? Ein Ticket für die Seilbahn, das allerdings merkwürdig aussieht. Rau und vorrös, fast so, als bestünde es aus Erde. Komisch, da war einfach so ein Ticket. Naja, ist wohl gratis. Ja. Das meistens heißt, dass nichts wird. Aha, der Mann ist auch auf einmal weg. Ist er gegangen? Vielleicht ist er bald zurück. Ich warte besser in der Bahn. Klar, in der Bahn. Ich warte besser in der Bahn. Ich warte besser noch einen Ticket. Ich warte besser noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Erforsche alles, um versteckte Geheimnisse zu finden. Ich dachte schon, das war's. Natürlich. In sowas steig ich so bald nicht mehr ein. Ist das nicht hier alles einfach nur Spiegel verkehrt? Zu dem, wo wir gerade eingestiegen sind? Natürlich liegt eine aktivierte Taschenlampe auf dem Boden. Eine vergessene Taschenlampe? Tja, wer es findet, darf's behalten. Ob die irgendwelche Batterien hat? Ja stimmt, warte mal. Batterien haben wir auf jeden Fall. Benutzt es noch nicht. Wow, was ist mit dem Automaten passiert? Ja, nichts Gutes auf jeden Fall. Okay, das sieht hier auf jeden Fall genauso aus, wie die Stelle, wo wir eingestiegen sind. Bloß halt, wie gesagt, komplett Spiegel verkehrt. Na ja, mit dem Auto werden wir wohl ähnlich wegfahren können. Aber natürlich ist hier der Zaun eingebrochen. Ach Gott. Ha. Wenn man jetzt schon sprinten muss, ne? Okay. Okay, wir sind gerade in der Oak Street. Okay, elektrisches Knistern. In Häuser können wir leider nicht reingehen. Ich hoffe, man hat genug gesehen. Ich hoffe, man hat genug gesehen. Okay, wir laufen irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das Bethelwood Winterfestival. 22. bis 24. der Februar. Das 29. Mal. Okay, hier können wir auch nichts machen. Ich stehe jetzt noch ein bisschen dunkler. Das soll ja auch schön atmosphärisch sein. Das Festival war vor einer Woche. Und jetzt fliegen hier immer noch die Feuerwehr. Ich dachte, die Poster wären schon weg. Keine Polizei, keine Feuerwehr. Keine Krankenwagen sind alle einfach weg, oder was? Was? Gab es ein Erdbeben? Das ist weniger nach dem Erdbeben, als eher nach einer Gasexplosion von der Leitung aus. Oh Gott, wie ist es für ein Erdbeben? Da sollten wir jetzt nicht reingehen. Das Wasser sieht elektrisierend aus. Da scheint sie aber wissensfangrisch zu sein. Buckman Schule. Die Schule sieht noch ganz in Ordnung aus. So, vollständigkeitshalber. Aber hier ist nichts. Ich hasse es, den richtigen Weg auf Anhiebchen zu finden. Ich muss leider immer erst gucken, ob ich alles eingesammelt habe. Nicht, dass wir nachher noch einen Asthmaanfall kriegen und wir haben viele Karnatoren. Abgeschlossen, klar. Und nun? Vielleicht ist der Schlüssel geschlossen. Ich brauche den Schlüssel des Hausmeisters. Dann war das ja relativ umsonst. Okay, die Musik hört auf. Pure Stille. Nur ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Ich habe das. Ich bin eins und sei. Ich bin eins und ist eine Autopferde. YYYEN Ich bin eins und eins. Ich bin eins und eine Autopferde. Ich bin eins und eins und eins. Was? Was ist denn das? Das frage ich mich auch. Was zum Teufel ist das denn? Es scheint sich aber nicht zu bewegen. Wo soll ich jetzt raus? Da bleiben nicht mehr ganz so viele Wege. Oh Gott, die sind jetzt überall. Gegnererkennung, weißer Pfeil, das Monster ist misstrauisch, aber Sally wurde noch nicht entdeckt. Gelber Pfeil, jetzt solltest du dich verstecken. Ein Monster hat etwas wahrgenommen und wird den Bereich untersuchen. Rote Aura, Sally ist entdeckt worden. Okay, die sind ganz schön garstig. Die sind noch mehr Monster. Ich muss ihn aus dem Weg gehen. Okay, wir haben jetzt nicht ganz so viele Auswahl. Da hinten laufen noch zwei von denen. Okay, der ist abgehangen. Unsere Chance. Monster sehen dich nicht nur, sie hören dich auf. Oh Gott. Emily in der Schule suchen. Albtraummord. Okay, ist auf jeden Fall ein wenig größer. Aber gut, ich denke, das ist ein guter Ort, gerade die Ruhe zu nutzen und zu pausieren. Und ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen.